Hallo liebe Genossinnen und Genossen, seit Herbst 2017 vertrete ich den Wahlkreis Nürtingen im Deutschen Bundestag. Eine Aufgabe, die mir viel Freude bereitet, die ich auch mit viel Engagement ausfülle. Am Anfang war es besonders schwierig. Die Auseinandersetzung um Sinn oder Unsinn der Großen Koalition hat die SPD über Monate lang beschäftigt. Ich finde es gut, dass wir jetzt mitregieren und wichtige sozialdemokratische Anliegen in Berlin umsetzen konnten. So zum Beispiel die Einführung einer Grundrente, die Unterstützung der Familien durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung und die Förderung von Ganztagsschulen, aber auch die Unterstützung der Wirtschaft durch den Ausbau der Breitbandversorgung. Damit modernisieren wir Deutschland. Und gerade in Corona-Zeiten ist es besonders wichtig, dass die SPD mitregiert, Arbeitsplätze durch die Kurzarbeitsregelung absichert und über ein Konjunkturprogramm auch konkret hier im Wahlkreis Wirtschaft und Arbeitsplätze unterstützt. Ein gutes Beispiel für erfolgreiches Regieren ist das Konjunkturprogramm in der Corona-Krise. Davon hat beispielsweise auch der Bahnhof hier in Nürtingen profitiert. Er wurde umfassend renoviert und damit macht Bahnfahren auch hier wieder mehr Spaß. Als außenpolitischer Sprecher der SPD im Deutschen Bundestag ist es mir wichtig, dass Europa mit einer starken Stimme für Frieden und Zusammenarbeit in der Welt eintritt und seine Interessen gegenüber Russland, China und den USA vertreten kann. Herzstück ist für mich dabei die deutsch-französische Zusammenarbeit. Deshalb habe ich mich auch besonders dafür eingesetzt, dass eine deutsch-französische Parlamentarierversammlung eingerichtet worden ist. Mir ist es auch wichtig, dass diese Themen hier im Wahlkreis ankommen. Deshalb machen wir in Kirchheim immer wieder Lesungen zu außenpolitischen Themen. Deshalb haben wir mit der Friedrich-Ebert-Stiftung das Gipfeltreffen auf dem Hohen Neufen ins Leben gerufen, wo wir über Zukunftsthemen tiefergehend diskutieren können. Und auch das gemütliche Beisammensein soll nicht zu kurz kommen. Deshalb gibt es das Martini-Essen immer im November. Ihr seht, wir haben in den vergangenen Jahren einiges gemeinsam vorangebracht, aber das reicht noch nicht aus. Gerade in Corona-Zeiten haben wir erlebt, wie wichtig ein starker handlungsfähiger Sozialstaat ist, wie wichtig es ist, für gute Arbeit, für Investitionen in Bildung und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur einzutreten. Und wir haben die letzten Jahre auch gesehen, wie entscheidender Einsatz der SPD für Demokratie gegen die Feinde von rechts ist. Und mir persönlich ist es wichtig, auch weiterhin für ein starkes Europa zu kämpfen, das für Frieden und Zusammenarbeit in der Welt steht. Deshalb bewerbe ich mich erneut um die Bundestagskandidatur hier im Wahlkreis. Am 2. Dezember findet hier in Neckarteifingen in dieser Halle, der Festhalle an der Neckarallee, die Nominierungsversammlung statt. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen und ich zähle auf eure Unterstützung.